Slate Haben wir bestimmt nur oder? Keine Ahnung Oh wir haben noch kurz ein Blut drinnen Das ist real Jawoll Kenneth ist wieder da Yeaaay Hat jemand ein Black die? Oder ein Insek oder so was? Oder irgendwas schwarzes? Ach Siegel auf dem... Irgendwas schwarzes? Dann haben wir auch den Blacken Jaja Nein, den näher ich mich nicht mehr, der macht mir Angst Du könnt auch aus... Das mit dem Genen Da musst du so einen Scraper nehmen und irgendwas von Black abschaben Ich glaube nicht, dass es geht Was denn? Ach so ein Black die? Ja hab ich Wird das mal kräften? Oh Schei Du wolltest das Black die haben, ne? Wir haben so einen Regenbogen vor uns Neben uns, ne? Also da gibts überall Schwarz Oh, fällt das nicht ab, fällt den Baum nicht ab Das geht richtig ab Wird ganz schön Längen mit einmal Aber ich glaube jetzt macht das erst recht Was? Gehst du mit mir? Ja Mach keine Scheiße Nein Du schaffst die F seinen Kopf gesteckt auf Nicht Ich halte es ja nicht mit Hilfe oder Blick Ach Wir haben eins davon Ohne Scheiße, ich verzweifle grad daran, hart ne Glas zu machen, weil wir nicht so'n komischen Smelter haben Haben wir den Daktischen Smelter Wo ist der? Meinen hab ich ja eigentlich oben hingestellt Und vielleicht hat sich den dann genommen oder? Nein, ich hab ja den nicht weggenommen Was ist? Wo ist der jetzt? Den Daktischen Smelter Fede Ja, denke ja Ja Den hast du genommen Ich hab'n nicht Hä, der Sauberleck gar nicht, was ist hier los? Och nein, Lenny, das ist... Er hat bloß die Fresse, Lenny Das ist jetzt ernsthaft so'n Kack-Ding-Aufbote, oder? Was hat was abgebaut? Weiß ich nicht, was das leckt macht Ich weiß nicht, was das leckt macht Ich weiß nicht, was ist das über irgendwas So, der Suche ich hier den ganzen Kack-Ding-Aufbote abgebaut Ich glaub' der Ehe wird gebraucht Ich glaub' der Ehe wird gebraucht Ich war dafür verantwortlich, dass Tinten Fische geht sterben und gibt euer Zeugs, los Habe ich... Oh, Doppel 46% Erda Ja, ich hab' ihn gesagt Doppel Ich hab' ihn gesagt Jetzt hab' ich ihn gesagt Jetzt kann ich... Eyo, Toni ist wieder da Eyo, die nächste Folge ist fett Eyo, die nächste Folge ist fett Guck mal deine E-Mails rein, du Spasti Ja, bin grad dabei und noch nix angekommen Es geht So Das Titschel zu bauen Ja, ja, das geht Ich hab' gedacht, du meinst so'n Irgend... Irgend... Wie wenig Strom haben wir denn bitte? Das eine Junge, dieses... Mit der Bedbox Das ist nur minimaler Strom Weil da nur eine Solar... Ey, für... Ich weiß nicht, warum ihr diesen Strom braucht Für was denn? Wie viel Messerator? Ernsthaft Geh' doch an den Pulverizer Der unten im Keller ist Du bist so'n Idiot, komm' mal mit WTF Geht gar nicht bei Centus Nicht da, das ist... Du gehst einfach hier in diesen Keller Ganz ehrlich Ich will gar nicht Ich will keinen Diamanten haben Weil ich so'n混 auf wie dich rein Scheiß mal! Pffft, gib mir Diamanten Da Hier vorne ist er Ah, ne da ist er Da ist er Benutzen, rausnehmen und wiedergehen Waff? Das kommt da hin, das kommt da hin, das kommt da hin, das kommt da hin, ja. Jetzt geht's schon wieder los bei Dede. Ja, Dede hat wirklich wieder Action. Irgendwie hier Action-Wohnen. Ja, hoffentlich brennt Mila ab. Das wär's noch. So. Hier geht die ganze Welt unter. Bisschen, ja. Ja, ganz klar. Das ist nun mal so. Übertreib, mach mal Fenster zu. Seid zu Ende, kommst durch. Nein, du bist an so ner Kackstraße bestimmt. Nein. So, und dann. Alle zweiten drücken was brennt oder was? Ja, genau. Die hat halt mal black durch die Gegend und zündet alles an. Hä, was hab ich jetzt hier gedrückt? Oh, okay. So, jetzt brauch ich mein Taumonomikon, dafür brauch ich ein Bücherregal soweit ich weiß. Hör, warte, 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 warte. Ist jemand Bücherregale? Ich kann dir ein Taumonomikum geben. Hast du eins? Ja, hab sogar zwei. Wo denn? Wo bist du? Ich komm zu dir. Okay, kommst du zu dir. Sludge. Gab sich dieses Sludge auch zum.. Da da rein, da da rein, da da rein, da da rein. Oh ne. Ach, ich hab den Induction Smelter gefunden. Sludge Spoiler. Wo ist der denn? Ja, wo hab ich den gefunden. Er war im System. Bei welchem System. Bei behinder, ne? Jetzt ganz ernsthaft, seid ihr behindert im Kopf oder was? Genau. Was hat sie gefunden? Uns ganze Zeit die Schuhe... Na die ganze Schuld in die Schuhe schieben, ne? Obwohl er es selbst hat. Die Schuhe in die Schuld schieben? Ja. Boah, Lenny, wir haben schon 2 Millionen RF aus dem Reaktor raus. Ja. Und der läuft irgendwie seit 50 Sekunden gefühlt. Du willst hart ein Glas machen, ne? Ja, will ich. Wolltest du echt, dass das richtig ist? Ja klar, es ist richtig. Obsidian und Glas? Ach, boah, fuck, Obsidian und Leed, stimmt. Hm, Black ist schon unterwegs. Ja, dann geht's direkt. Hm, Ofen und Eimer. Anstatt ob sie den drin zu lassen, ich wollte gerade ein Lied rein tun. Ah, es wird drücken. Frossen. Dankeschön. So. Es ist kein Spoiler. Haben sie irgendwo an der Welt? Nein. Nein. Black, hast du noch welche? Ja, hab ich. Wie viele? Genug. Ich weiß. Oh, das macht so komische Animation, das ist voll cool. Black, Frage, gibst du mir die? Nein. Vom Bein, nein. Was auch nur bei denen, ey. Black, du darfst dich kürzen, manche. Ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, wie lange ich den gebraucht habe, um sie zu finden. Ach ja, man braucht Papier, ne? Black, du profitierst auch von dem System, das ich bauen will. Nö. 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 Lenny, das blöde ist gerade mit der Aussage, wir haben eigentlich fast hier unten alles, was wir brauchen. Ja. 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 Jawoll, top. Wo hast du dealen? Ja. Du profitierst davon auch. Jawoll, sechs Stück. Ja. Ich hab drei Stück gefunden, hab dann gejuckt. Mit Memichheit. Mit Memichheit. Ich finde das gut, sechs einmal zu haben. Du gehst dahin. Ich hab auch noch fünf Stück. Ja, top. Soll ich da paar Dinger rausmachen? Dann brauche ich Papier. Ach, ihr hattet doch da so ne schöne Schiliffgras, ne? Hm. So, nicht für dich. Nein, nein. Für Dede extra. Ich geh da auch nicht rein. Dede darf haben. Dede ist nett. Nein, das ist bescheuert, deswegen kann er haben. Stopp. 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 Chip-chopp, die Witte gilt. Chip-chopp, die Witte gilt. Chip-chopp, die Witte gilt. Chip-chopp, die Witte gilt. Weil denn das Lenny immer alles labern muss, ne? Was ist das hier? Das sieht komisch aus. Was ist Ritual Stone? Was macht das? Master Ritual Stone. Wenn ich mich hier reinstellen, dann mach ich irgendwie so cool Simsalabim. Du machst n cool. Dann machst du Simsalabim. Ja, okay. Bumm im Kopf machst du dann. Simsalabim. Simsalabim. Das funktioniert nicht. Du Simsalabim. Ich fenn dir auch ohne Magie. Nein, ich sterbe gleich. Geil. Ich mein, oh. Das wird aber nicht passieren. Oh. Ich mein, ja. Oh, ich mein, ja. WTF? Ja. Komm mal. Nee, ich bin grad beschäftigt, tut mir leid. Beweg dich. Tut mir leid, ich bin grad beschäftigt. Beweg dich. Geschäftet. Was machst du da eigentlich jetzt an der Spectatorie? Ey, was machst du da? Das sieht gefährlich aus. Hör auf damit. Ich mach grad einen Zoom. Er benutzt den Altar. Weg, was tust du da? Das sieht gefährlich aus. Jawoll, hast du benutzt? Strike. Aua. Du musst da wegschlagen. Du musst da wegschlagen. Nein, du. Jetzt will den Blitz rein. Oh, ein Blitz. Erstmal reinlaufen. Was ist das? Jawoll. Weg hat's geschafft. Das. Was macht das? Jawoll, Papi. Ja, komm hoch. Nice. Guck mal hier. Ja, was habt ihr denn jetzt gemacht? Oh, geil. So. Komm mal mit. Dann brauchst du nicht immer runterrennen. Nee, komm mal mit. Wär ich? Ja, egal wer. Hast du ihn selber gebaut oder geklaut? Wär auch. Selber gebaut eben noch schnell. Okay, gut. So, was ist das? Ist doch voll einfach. Machst du. Hast du deine Hand? Ja, die Spitzhacke. Genau. Geh da nicht runter mit. Okay, Spitzhacke auf Doom, Alter. Ist richtig heftig. Oh, wie ging das denn nochmal? War das die Shift oder mit Rechtsklick? Ja, du bist so ein Idiot. Dein ganzes Lieb... Ich hab kein Blut gehabt. Ich glaube, das war Bluntman. Kann das sein? Ja, ja. Gebt mal bitte weg da. Gebt bitte weg da. Das sind meine Sachen. What the fuck? Sind diese Ritualdinger? Sind das Blackmagic... Ach, Bluttenmagic Scheiße. Ja, ja. Wie hab ich dich denn jetzt getötet? Nein, du warst wahrscheinlich derjenige, der am nächsten da mit dran war, deswegen. Ne, der hat dich zuletzt geschlagen, glaube ich. Zuletzt geschlagen, ja. Kann aus sein, keine Ahnung. Gigi. Boah. Du Idiot, Alter. Du hättest vorher dein Org aufladen müssen. Das müssen wir jetzt mit dem Villager fertig machen. Ich wusste, dass das irgendwie bestimmt passiert wird, aber guck dir mal diesen Raum an. Ja. Guck dir den Raum an. 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 Das sagt alles. Also,10 Töten ist irgendwas selbst nur für eine Spitzacke. Es ist einfach so'n Lucky-Modus online, Alter. Spitzacke? Halt die Fresse. Halt die Fresse. Das find ich jetzt Artes als Beleidigung, Now. Ist auch beleidigend. Ist ja auch so. Es tut mir heure. Normal. Töte auch, die Töte. Ich finde, doch schön, mein Haus hat so ein bisschen gepickelt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. Ich mach das irgendwie nicht, wenn es hier voller Pickel ist, weil ich kann auch weiter nix nehmen. Hast du noch das Safari-Name mit dem Villager? Nö, irgendwo ist ein Safari-Netz noch drin, das weiß ich. Oben? Keine Ahnung wo. Weil... Ich hab das Computer gesteuert, genau. Ja, ich hab 1,5 Stacks Papier, jetzt geht's einfach. So. Hä? Ich dachte, da muss Papier rein. Hä? Machen wir diese komische Schriftrollen dafür extra, oder was? Papyrus. Oh, wie macht man das denn? Schon ein Buchstand hier unten. Wie, ich hab jetzt umsonst die Scheiße so verkraft, dann hau ich irgendwen. Klar. Hast du auch. Pst, jetzt. Ich muss gucken, wie man Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ich wollte nicht an Banda was schreiben. Hä, wie macht man denn jetzt Papyrus schon wieder? Ich will eine Erklärung. Hitler. Flash, du weißt nicht, wie das geht.